Hallöchen und willkommen zurück zu Star Renegades. Megara Darin möchte uns für Mutter auslöschen. Da habe ich persönlich was dagegen. Problematisch wird folgendes. Er ist instant dran. Na super. Das heißt, wir müssen hier schon wieder so eine Scheiße hier machen. Verschwenken hier richtig Damage. Und auch unsere Ziele im Hintergrund. Wir müssen ja trotzdem verteidigen mit ihm. Alter. Das heißt, in der ersten Runde geht hier gar nichts. Geht hier gar nichts zusammen. Lass uns mal hier das Viech raushauen. Hallo? Ja. Dass es vor die Nase gesetzt worden ist. Ja, 29 ist okay. Oh. Brennt schon mal. Nice. Rüstung ist down. 1 und 4. Oh, da ist schon... Ah gut, das ist generell durchgegangen. Das ist normal bei dem Schuss scheinbar. Was hat er denn schon wieder gemacht? Keine Bewegung. Wenn wir das Ding schießen, kriegen wir aufs Maul. Ja, Prost Mahlzeit. Wie viel denn? 39. Allerdings heißt das auch, wir können da hinten... Resistenz gehen, schwer. Klasse. Wir könnten ihn nochmal rausschieben. Ja gut, du schießt ja nur auf uns. Äh... Äh... Wow. Ja gut. Äh... Pfff... Aber das hat's in sich. Alter! Das verteidigen wir trotzdem weg. Ja, wobei... Ja, wir machen das selber. Wir töten ihn. Und durch das Reflektionsschild... ...kriegen wir hier doch weniger Schaden. So. Du gehst noch auf Pox. Wir haben hier noch euch zwei. Deine Breitseite... Oh, scheiße. Du bist in der Backline. Das ist nicht sonderlich gut. Der Laser-Schlag macht aber auch nicht viel Schaden. 58... Oh, wir haben aber fast keinen... Oh, scheiße. Ja, müssen wir verteidigen. Ja, super. Und wir müssen ihn hier irgendwie rauskriegen, damit wir in die Backline schießen können. Ja, unsere Backline-Anvisier-Fähigkeit ist noch... Ja... Nicht so prickelnd. Wir kommen noch nicht hinten rein. Hört sich jetzt vielleicht pervers an, aber... Das meine ich definitiv nicht so. Uff. Okay, hier kommen wir hinten rein. Wir schieben den weg. Oh, du bist recht früh dran. Das heißt, wir sollten... ...vor ihm angreifen. Holen uns noch ein bisschen Verteidigung ab. Versuchen hier... ...so hart wie möglich zuzuhauen. Ja, nächste Runde ist er erst draußen. Das heißt, Pox kriegt aufs Maul. Ja, 56 live. Nicht cool. Er pumpt sich jetzt nur auf. Keine Bewegung, wenn wir auf ihn schießen wollen. Na gut, passt schon. Wieder 39, ja. Reicht das zum... Wir kommen gar nicht hinten. Na ja, kommen wir gar nicht hin. Stimmt. Wie könnten wir da hin? Ja, reicht aber nicht. Ja, wenn wir zu langsam sind. Mit dem Klingenschuss kommen wir auch... Uff. Ach ja. Also. Das reicht nicht. Der Schlag... Oh, überhaupt nicht. Na gut. Dann gibt's die Breitseite. Du verteidigst. Wäre Schneiden schon genug? Ja. Schneiden ist genug. Dann können wir ihm seine Breitseite... Ja gut, wenn wir hinten dran gehen. Ah. Ist egal. Du hast genug. Genug Rüstung. Meucheln wir. Ja, Resistenz ging schwer. Das ist das halt. Hm. Ach, das kommt zu früh. Nee, komm, dann gehen wir in den Schleichmodus. 19 life weniger. Damn. Ja, so langsam kommen die uns ein bisschen... Durch die Schilde und durch die Rüstung. Das gefällt mir nicht. Okay, beide gehen auf Pox. Ihn nehmen wir raus. Ich hab' jetzt nicht Meucheln genommen, weil der Resistent gegen Meucheln ist. Die Breitseite würde hier... Warte mal. Okay, wir schneiden ihm die Rüstung weg. Das Salbenfeuer sorgt für Verlangsamung. Und Spalter... Ach, das ist jetzt gegen schwer. Okay. Tötet ihn. Dann müssen wir nur noch gegen den, ja, Mini-Chef vorgehen. Das ist... Uh, ist der schnell dran. Zum Glück haben wir die 5 Sekunden verschnellerten Angriffe. Gut. Es stirbt. Guti. Yay, dynamisches Du. Ja, ich liebe Mutter auch. Nicht die. Du bist der Nächste. Okay, eine epische Kiste. 15% Schaden gegen Schilde und alle Angriffe haben 15% Crit-Schaden mehr. Multi-Angriffe, Rüstungsschaden. Ah, und alle Angriffe extra Schaden. Und... Wir ver... Kriegt sie einen Multi-Angriff? Egal, auf jeden Fall alle Angriffe extra Schaden ist nicht verkehrt. Wir verstauen das einmal. Es ist für Stufe 6. Ah, kriegst du. Hattest auch Klingenwirbel erlernt. Schön. Oh. Dann rüstest du das gleich mal aus. Und auf zur nächsten Kiste. Schon wieder so ein... Ich hasse diese Kack-Schwinger. Da... Okay, zwei sind in der Backline. Aha. Der Klingenwirbel ist ein schwerer Angriff, der nur in die Frontline kann. Aber halt so richtig... Rein zimmert. Okay. Halt, ich wollte hier hin. Meucheln geht in die Backline, dann schieben wir ihn hier weg. Ja, wobei, der Bodenstampe ist nicht so krass wie... Wie das da. Okay, wir meucheln ihn hier raus. Dann... Poxy-Baby. Schieb den mal. Na, wobei, das könntest du eigentlich auch übernehmen. Okay. Wir schieben mit ihr. Dann kann Pox nämlich mit Ansturm... Ah, ihn nicht ganz rausnehmen. Aber ihm wird nicht gekrittet. Ja gut, wir können mit der Preiszeit ihn dann ganz rausnehmen. Okay. Machen wir es halt so. Ist einer weniger. Es kommt nur der Bodenstampe durch. Der nicht krippen wird. Ja, ist okay. Okay. Du bist... Definitiv Geschichte. Mit wem werden wir denn das machen? Du bist noch am schwächsten drauf. Okay. Das gibt dir den Todesstoß. Dann. Entzwein schiebt um 15. Ach halt, wir können sowieso alle anbisieren, wie wir wollen. Stimmt. Lass mal gucken, dass wir hier den Klingenwirbel an den Mann kriegen, als Crit. Okay, Entzwein schiebt um 15. Ansturm nur um 10. Das reicht nicht. Dann... Nimm das. Reicht nicht, weil der Resistenzkrieg leichter Angriffe hat. Dann muss der normale Angriff hierher halten. Und der Ansturm. Gut. Dann krittest du nämlich auch. Mal gucken, ob das dann reicht. Ich glaube, es ist nicht wirklich. So, Feierabend, Radler. Oh, 318 ist schon. Nice. Aber reicht nicht. Okay, unser Schild hat... Unser Rüstung hat den Schaden abgefangen. Aufpumpen. Das heißt... Ja, komm. Dann können wir ihn auch one-hitten. Also mit einem, der angreift, erledigen. 2,24. Box ist schon übel drauf. Aufpumpen. Ob es denn Ufo... diese kiste noch ein schwert doch dringend rüstung wirkt einfrieren das sind halt noch die gleichen box hat schon schwert du hast schon schwert du hast auch ein schwert schalter dass wir hier an schwert kämpfern haben ich glaube den lassen wir drin das auch und das hier ja das auch gut dann sollten wir uns hier aussuchen entweder 30 gesundheit oder 24 schilde regenerieren dann über die gesundheit schilde pro runde ist eigentlich schon meist fünf schilde pro runde sind es nicht so prickelnd dann verstauen wir das und wenn die gegen der blab ja ein mann am ehemulti angriff irgendwas haben wir doch auch für multi angriffe aber ich glaube das ist implantat ja kannst du nicht benutzen so was aber auch wir kann ja noch implantate benutzen du könntest noch ein implantat benutzen okay wenn wir jetzt ach so ist es der letzte tag ja gut dann haben wir ja noch schnell drauf schilddödel na wenigstens deckt da keine haut nur zu beide geht auf box dreschen macht 49 okay 44 jetzt kriegt er dann so viel aufs maul ach so ja gut er hat nur 80 okay ist es wieder so ja der erste ist in der front line die anderen zwei in der back line dann meucheln wir wo ist der früh dran ja gut straffler stück ist nur behindert das ist nervig ja dass wir in der back line so und unflexibel sind ist richtig beschissen das nervt mich okay immerhin ist der erste schon mal weg 242 ja Prost Mahlzeit okay hier kommt ein mega blast und hier ein strafender schuss den strafenden schuss sollten wir auf jeden fall rausnehmen und das passiert mit einem einzigen schuss mit dem spalter reicht die ein mann armee ja dann kannst du hier noch auf ihn anstürmen sogar fast tot aber da nichts passiert spulen und spulen und spulen und spulen und spulen bis wir in der nächsten runde bis wir in der nächsten runde ja so früh dran sind ups so rum ja passt habt das gefühl wir sind auch immer auf 50 zorn auch wenn wir grad frisch irgendeinen angriff benutzt haben der zorn verbraucht ja das wird wahrscheinlich nicht funktioniert haben weil wir in der nacht das genau erreicht haben na gut dann lagern wir passiert eh nichts neues du gibst wieder die rüstung ähm ähm was sollen wir wo sollen wir hier die rüstung drauf packen ich würde sagen wir packen hier die rüstung drauf das dynamische duo ist ja gut muss jetzt nicht unbedingt sein angriffe für unsere blutung ja dankeschön und du sorgst noch für euch hätte heilen können okay dann heilen wir so rum naja warum nicht und mein vater und meine mutter dachten dass ich mich äh dass sie mich mit spielzeug zuschütten könnten um meine um ihre abwehrs im halb bäh bäh moment ähm moment ach jetzt aber und mein vater und meine mutter dachten dass sie mich mit spielzeug zuschütten könnten um ihre abwesenheit auszugleichen und schon kratzt sie mal es tut mir leid ich schweife ab ich helfe dir gerne bei das zu verarbeiten mein vater war auch nicht so oft zu hause ich weiß also wovon du da redest doch hast du den weg des guten eingeschlagen wohin gegen ich ein abscheuliches monster eins der dunkelheit geworden bin oh reinste dunkelheit ist etwas übertrieben ich finde dich irgendwie süß blutschneide das würde dann über 200 schaden machen 15 prozent 15 prozent 15 sekunden schienen keine ahnung was heute los ist manchmal lasst du so tage da funktioniert das mit dem quatschen nicht man okay wir sind fertig mit dem zeug hier ja halte ich mal still platz platz brav ah der beam ist da und mein hund liegt endlich rum perfektes timing ich bin am verhungern oh ja ich momentan eigentlich auch bentleys bestialisches buch zu bösen bestialischen bestien praktische anleitung zum erjagen eines besseren ichs jo das buch würde ich auch kaufen das buch würde ich auch kaufen mal ordentlich die schilder weg sind okay du bist auf bentley das möchte ich nicht unbedingt deswegen nehmen wir das und verteidigen dann wir machen mehr krits allerdings sollten wir dann auch wir können mit ihm nicht kritten dann machen wir das halt dann und wir 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 nehmen mal die schilde raus dann könntest du immerhin zwei rüstungen rausnehmen nein du kritisch hier einmal und dann naja machen wir trotzdem den klingenwirbel hinten raus okay er wird jetzt nochmal angreifen danach okay das hat uns getroffen wir könnten jetzt mit meucheln rausschieben und elf rüstung klauen wir machen jetzt alles was ordentlich rüstung stiehlt moment wir nehmen das panzerbrechende geschoss dann klauen wir noch mehr rüstung ich will das auf einen schwung weg haben und das funktioniert auch ja von 60 auf 0 na hätte ich da schon angreifen können was machst du jetzt ausnehmen geht auf alle niemand würde sterben wir wandern auf den nächsten auf den nächsten Planeten das heißt ich kann doch wirklich Reflektionsschild raushauen und verleidigt dann einfach alles okay wer kriegt jetzt aufs Maul okay Bentley in der Reinschmaus ja ne wir schieben dich so weit nach hinten dass der Rest ordentlich raufkloppen kann das könnte eigentlich für den na reicht nicht ganz für den Tod oder doch wow Runde 5 das mich ist weg kann man so machen ne na Bentley bringt das dein Buch voran bestimmt zack ja ganze Planet gecleared außer der versteckte so wen hätten wir jetzt denn hier noch schönes wir sollten nur so einen Tank zulegen das hört ja doch als Tank doch ja ihr Meckanzug sieht toll aus aber eigentlich ist es noch beeindruckender wie sie den Papierkram erledigt ja nehmen wir brauchen irgendwas dickes vorne rein das könnte man auch wieder falsch verstehen what the hell okay der Ausrüstungsduntler alles zu teuer Waffenhändler alles zu teuer der Elitehändler alles viel zu teuer okay dann wir brauchen wir auch nicht shoppen Deckungsbrecher nehmen wir nehmen wir gleich mit oh sie benutzt Handschuhe oder? ja haben wir keine wir haben kein Implantat frei aber hier haben wir einiges frei ja hier nehm doch mal ein bisschen von dem ach ja ja wir gehen zum dritten Planeten dynamisches Duo ja bitte ach ja dann vier extra Rüstung das wird uns hier definitiv das dritte Herzchen geben okay okay schön ich habe es akzeptiert dass ich nicht für die Zerstörung der galaktischen Zivilisation verantwortlich bin auch wenn es weh tut das freut mich klingt nach wahrer Reife aber sag wenigstens dass ich meinen Erzfeind vernichte diesen widerwärtigen Kämpfer für Wahrheit und Gerechtigkeit Nibula Boy Nibula Boy hab noch nie von ihm gehört aber ich mach mich mal schlau und gib dir Bescheid das ist nett wow extra wow das ist schon nicht schlecht okay mit wem kannst du denn hier mit Winn mit deiner Mami nein halt warte bin mir grad nicht sicher bin mir grad nicht sicher sollen wir das in Angriff nehmen eigentlich wollten wir da ist noch nicht so viel fortgeschritten aber es ist der letzte Planet da können wir nichts mehr großartig machen ja dann gehen wir auf das vierte Herzchen mhm so Kritschaden plus 50% heftig nehm mal mit und die Schildverteidigung kriegt er auch noch und da haben wir fast vier Herzchen und da haben wir fast vier Herzchen ja komm gib ihm den Säft auch den Med das wär jetzt auch lecker ja Jettlend hat bestimmt auch grad hier Med in sich rein geschüttet virtuell aber immerhin danke für die Ehre Mami ja klar was die labern ist jetzt auch nochmal zu ne hm gut Jungs ah mein Moped streikt Hilfe hm ne ich hab mein Schiengewehr aus Arme ja klar ist ok ok wir hätten hier einmal Schilde oh ja wir machen das so Schilde Gesundheitskiste und Rüstung wir könnten allerdings auch Schilde Gesundheitskiste und dann hier den Durchgang freimachen hm ja ja das hört sich auch noch nen Plan an ich hab eins nach dem anderen oh warte mal kann die überhaupt nach hinten schlagen? na gut mit Ramburg äh und mit Entfesseln ok öch na gut es schiebt auch 20 Sekunden das heißt wir könnten da schon ja ihn schon mal rausnehmen gut immerhin einer dann meucheln wir so langsam dass wir nix reißen da durch dann schieben wir doch ihn hier weg hm mit der Breitseite könnten wir hier noch ordentlich rein buttern ja ja den schieben wir auch ein bisschen und ja schlagen ihn doch mal ordentlich nach hinten alter der hat 17 Rüstung wow also es kommt ein bisschen was durch aber nur auf unsere zwei Tanks von daher sollte das passen wobei ja ist ok aber da sind Schilde weg gewesen oh ok es geht keiner auf sie das ist jetzt nicht unbedingt schlecht muss ich sagen ok mit Meucheln würden wir wieder nach hinten rein kommen brauchen wir aber gar nicht ok die zwei ok ok wir töten den mit Bentley können wir ok du bist relativ hinten dran Bentley machen wir ihn platt ok die zwei sind schon mal weg und dann ist es jetzt wirklich oh du musst verteidigen weil du aus nächster Nähe aufs Maul kriegst ähm du könntest oi du könntest den da eigentlich auf dich lenken ja dann rambocken wir den Schaden um dann ja ja müssen wir gucken wo wir dann landen ne ja den Spalter setzen wir auch einfach hier vorne an weil wir nicht wissen werden auf wen das dann geht sehen wir das jetzt hier ne noch nicht ok ok die zwei haben wir ja geplant um zu bringen die Biomates sind da doch egal ok ach wir gehen auf das kleine Hündchen beide oder ne ok naja immer das ist jetzt ein bisschen übersichtlicher hat er gesagt und auf einmal sind alle auf einem Fleck mh können wir da einen rausschneiden ja den Hundivots ist verschwendet finde ich komm dann schieben wir ihn raus aber es macht 93 mehr als Klingenschuss und würde beide verlangsamen Pox hat momentan mehr als sie ne dann verlangsamen wir ihn und müssen gucken dass wir den da noch irgendwie rauskriegen ja geht mit ansturmiser tot dann hätten wir hier noch über Faustschluck ist ja das beste ja dann haben wir den auch zu brei passt schon dann ist nur noch Robodog übrig der macht die Runde auch nichts dann hat sie vollgezogen ein klein bisschen Überlänge ja aber ist wenigstens ein Kampf mehr drin ok Hundivots Todivots ok die Schilde können beide hier brauchen ich gebe sie ihr weil wir da aktiv wir können mit beiden aktiv Schaden umlenken ich gebe sie ihr trotzdem die Frontkämpferin bitteschön bei der Stufe nehmen wir erstmal wirklich das Schlachthaus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wenn wir uns die Heilungs-Kids-Station holen also macht's gut bis dann tschau tschau tschau